Jo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und jo wollen wir mal gucken hier zuletzt haben wir ja mit Franklin gespielt mit ihmchen hier das würde ich eigentlich gerne mit Michael gerne weitermachen schauen wir mal jetzt ist er wieder mit seinem dicken Audi unterwegs wie sieht es denn missionstechnisch aus direkt zu hause hat er was dann fahren wir da noch hin ja 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 meine Frau Jetzt braucht sie mich. Gucken wir das schaffen, da unten rechts läuft die Zeit. Oh. Wer braucht schon eine Hand weg? Ich steig in den Streifenwagen, okay. Machen wir das doch. Sie sitzt da drinnen. Okay, los geht's! Los geht's! Die Polizei sind noch hinter uns! Nicht zu worry, ich weiß, was wir machen. Wir sind wieder drei Fahrer in der letzten Mission, die wir gespielt haben. Wir sind in der letzten Mission, die wir gespielt haben. Los geht's, mein Ziel! Los geht's, mein Ziel! Relax, ich habe das. Sch***! Sie sind noch auf uns! Ich bin noch auf uns! Gucken wir, ob wir uns hier verstecken können. Geh' uns raus! Chill' raus! Es ist unter Kontrolle! Es scheint ja zu funktionieren, ne? Relax, ich habe das. Ist das es? Ja, hast du träumt. Sind sie weg? Natürlich sind sie weg. Wer bist du mit? Komm mal, ich nehme dich zurück ins Haus. Hat das halt funktioniert? Ja. Ja, mach mal ja. Haben wir Platz in der Garage, oder? Ist peace and quiet too much to ask for? Das ist natürlich auch gut. Fremde und Freaks, was ist das hier? Psychiater, aha. Ich würde sagen, wir schauen uns mal Fremde und Freaks noch an. War das eigentlich? Das konnte ich nicht mein Auto irgendwie herbringen lassen? Irgendwie war doch da was, oder? Kontakte. Schnell speichern. Das geht also auch. Ich hätte ja klappen können, ne? Ich brauche einen Wagen. So. Ich habe die Kopf noch am Hals hier, ja. Wegen der Mühle hier. Gucken, ob wir die noch loswerden hier. Oh. 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 Hätte ja besser klappen können, ne? Geht viel Zeit drauf für die Fahrerei hier. Ah, ich meine mich zu erinnern an irgendwie etwas hier. Das war, glaube ich, ganz witzig. Oh. 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 Und? Oh. Oh. Das ist nicht Buschweed, das ist Mana. Und ich habe es selbst grown. Keine Paranoia, keine 이상heit. Ein Passport in Nirvana. Gib mir das. Ja, ich höre, du fühlst dich. Ja, ich schraube jeden Tag, und ich bin gut. Es ist ein purem Mellow High. Aber ich bin immer interessiert über die Monster. Ja, ich meine... Ich bin sicher, dass sie nichts ernstes sind, aber... Ich lasse sie nie zu nahe. Oh! Die! Das ist das! Jawohl, mit der Motorsäge unterwegs. Erledige die Aliens. Ach ne, doch nicht. Eine Minigun hier. Das sind Aliens oder was, ne? Woher kommen Sie von? Woher kommen Sie von? Das Bier wird gut sein. Ja! Ja! Ich bin freaky. Ja! Ich bin sehr freaky. Ja! 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 Ich bin sehr freaky. Ja? Ja! Ja! Ah, der ist hier abwechselnd, ok. Dann wird ihn entführt. Zeig ich dir, das sind Aliens. Und wann ist das hier vorbei? Jetzt wird es langsam langweilig und eher ätzend als lustig. Fühlt mir nicht so gut. Ich fühle mich so gut. Und nach dem, du hast, die Licker-Kumpanien hat die Verwaltung über die Prohibition gezwungen, das ist eine totale Schöne. Ich denke, dass ich mich auf deine Unterstützung beteilte. Was, was gerade passiert? Was hast du gesagt? Wir diskutieren Globalisierung, das Staat. Bleib von mir. Aber es ist eine gute Grund! Irgendwie durch, aber naja. Hast rein durchgestanden anscheinend. Das, das ist Tyranny von Moritz. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal nach Hause zum Speiern hier. Falls das geht, weil da eine Mission ist. Wieso kann ich mir denn hier gerade keinen... Oh, cool. Oh, cool. Oh. Es geht nicht los, Mann. Ich will dich in der Gym! You fucking idiot! Ja! Oh, 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 oh. Oh. Sieht's denn aus, ja? Kann ich denn speichern, ohne dass ich da eine Mission starte, ja? Ab in die schicke Hütte hier. Und irgendwie muss er sich hier auch aufs Bett legen, ne? Jo. So läuft das. So läuft das. Jo, hat er wieder ausgepennt und, ja, bis zum nächsten Mal, wenn's dann wieder heißt GTA 5. Bis dann.